Tossets, Nordseebad. Wir fahren jetzt einfach mal genauer aus. Wir können es ja auch wieder nach vorne haben. Und da wollen wir ja nicht hin. Da waren wir schon. Aber heute ist erst mal der 6. 6. 2. 1. Der Friesenstrand geht da längst. Das wollen wir nicht sehen. Genau, wo die Friesen sind. Das war die alten Pfaden. Ich hoffe, es ist ein schwarzes Auto oben. Strecke. Strecke. Ja, die Ortschaft hier. Tossets. Strecke. 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 Töntee. Strecke. Lass auf Bass. Töntee. Töntee. Ein politisches Kaufhaus. Das war ein Restaurant. Jetzt hören wir mal eine Bedönerruhe. Und dann werden wir die noch mal suchen. Oder einfach mal vorschlagen. Das ist ja auch noch ein Detektor. Das gibt ja noch. Super. Das ist jetzt. Und tschüss.